Das Märchen von den drei Brüdern Es waren einmal drei Brüder, die wanderten auf einer einsamen, gewundenen Straße in der Abenddämmerung dahin. Nach einiger Zeit kamen die drei Brüder zu einem Fluss, der war so tief, dass sie nicht hindurch warten konnten, und so gefährlich, dass sie nicht ans andere Ufer schwimmen konnten. Doch die Brüder waren der magischen Künste kundig, und so schwangen sie einfach ihre Zauberstäbe und ließen eine Brücke über dem tückischen Wasser erscheinen. Sie hatten die Brücke halb überquert, da trat ihnen eine Kapuzengestalt in den Weg. Und der Tod sprach zu ihnen. Er war zornig, weil er um drei neue Opfer betrogen worden war, denn für gewöhnlich ertranken Wandersleute in dem Fluss. Doch der Tod war gerissen, er tat, als würde er den drei Brüdern zu ihrer Zauberkunst gratulieren, und sagte, weil sie so klug gewesen seien, ihm zu entrinnen, verdiene jeder von ihnen einen Lohn. So verlangte denn der älteste Bruder, der ein kämpferischer Mann war, einen Zauberstab, der mächtiger als alle anderen sein sollte. Einen Zauberstab, der seinem Besitzer in jedem Duell zum Sieg verhelfen würde. Einen Zauberstab, der eines Zauberers würdig war, der den Tod besiegt hatte. Also ging der Tod zu dem Elderbaum am Ufer des Flusses, formte einen Zauberstab aus einem Zweig, der dort hing, und schenkte ihn dem ältesten Bruder. Dann beschloss der Zweite, der ein hochmütiger Mann war, den Tod noch mehr zu demütigen, und verlangte nach der Macht, andere aus dem Tod zurückzurufen. Also nahm der Tod einen Stein vom Flussufer und schenkte ihn dem zweiten Bruder. Und er sagte ihm, dass der Stein die Macht haben werde, die Toten zurückzuholen. Und dann fragte der Tod den dritten und jüngsten Bruder nach seinem Wunsch. Der jüngste Bruder war der genügsamste und auch der weiseste der Brüder, und er traute dem Tod nicht. Also bat er um etwas, das es ihm ermöglichen würde, von dannen zu gehen, ohne dass ihn der Tod verfolgte. Und der Tod übergab ihm, höchst widerwillig, seinen eigenen Umhang, der unsichtbar machte. Nun trat der Tod beiseite und erlaubte den drei Brüdern, ihre Reise fortzusetzen. Und dies taten sie und sprachen voller Staunen über das Abenteuer, das sie erlebt hatten, und bewunderten die Geschenke des Todes. Bald darauf trennten sich die Brüder, und ein jeder ging seines Weges. Der erste Bruder war über eine Woche auf Wanderschaft, als er in ein fernes Dorf gelangte, wo er sich einen anderen Zauberer suchte, mit dem er einen Streit begann. Natürlich konnte er mit dem Älderstab als Waffe in dem Duell, das darauf folgte, nur gewinnen. Der älteste Bruder ließ seinen Gegner tot auf der Erde liegen und begab sich in ein Wirtshaus, wo er lautstark mit dem mächtigen Zauberstab prallte, den er dem Tod selber entrissen habe und der ihn unbesiegbar mache. Noch in derselben Nacht schlich sich ein anderer Zauberer an den ältesten Bruder heran, der trunken vom Wein auf seinem Bett lag. Der Dieb nahm den Zauberstab und schnitt dem ältesten Bruder obendrein die Kehle durch. Und so machte der Tod sich den ersten Bruder zu eigen. Unterdessen wanderte der zweite Bruder nach Hause, wo er allein lebte. Hier nahm er den Stein hervor, der die Macht hatte, die Toten zurückzurufen, und drehte ihn dreimal in der Hand. Zu seiner Verwunderung und Freude erschien vor ihm sogleich die Gestalt jenes Mädchens, das er einst hatte heiraten wollen, ehe sie vorzeitig gestorben war. Doch sie war stumm und kühl, wie durch einen Schleier von ihm getrennt. Obgleich sie in die Welt der Sterblichen zurückgekehrt war, gehörte sie in Wahrheit nicht dorthin und litt. Schließlich wurde der zweite Bruder wahnsinnig vor unerfüllbarer Sehnsucht und er tötete sich, um wirklich bei ihr zu sein. Und so machte der Tod sich dem zweiten Bruder zu eigen. Doch obwohl der Tod viele Jahre lang nach dem dritten Bruder suchte, konnte er ihn niemals finden. Erst als der jüngste Bruder ein hohes Alter erreicht hatte, legte er schließlich den Umhang ab, der unsichtbar machte, und schenkte ihn seinem Sohn. Und dann hieß er den Tod als alten Freund willkommen und ging freudig mit ihm, und ebenbürtig verließen sie dieses Leben. Erbes Dumbledore zu, das Märchen von den drei Brüdern Als ich ein kleiner Junge war, machte diese Geschichte einen tiefen Eindruck auf mich. Ich hörte sie erstmals von meiner Mutter, und sie sollte bald zu dem Märchen werden, das ich zur Schlafenszeit öfter als alle anderen begehrte. Das führte häufig zum Streit mit meinem jüngeren Bruder Eberforce, dessen Lieblingsgeschichte Zicke die zottelige Ziege war. Die Moral des Märchens von den drei Brüdern könnte gar nicht klarer sein. Menschliche Bemühungen, dem Tod zu entgehen oder ihn zu überwinden, führen zwangsläufig zu Enttäuschung. Der dritte Bruder in der Geschichte, der genügsamste und auch der weiseste, ist der Einzige, der begreift, dass er, nachdem er dem Tod einmal knapp entronnen ist, bestenfalls hoffen kann, die nächste Begegnung mit ihm so lange wie möglich hinaus zu zögern. Dieser jüngste Bruder weiß, dass den Tod zu verhöhnen, indem man sich wie der erste Bruder auf Gewalt einlässt oder wie der zweite Bruder auf die düstere Kunst der Nekromantik, nichts anderes bedeutet, als sich einem gewieften Feind entgegenzustellen, der nie verlieren kann. Ironischerweise hat sich rund um diese Geschichte eine seltsame Legende entwickelt, die der Botschaft des Originals genau widerspricht. Dieser Legende zufolge sind die Geschenke, die der Tod den Brüdern gibt, ein unbesiegbarer Zauberstab, ein Stein, der die Toten zurückholen kann und ein Tarnumhang, der ewig hält, echte Gegenstände, die in der realen Welt existieren. Die Legende geht noch weiter. Sollte irgendjemand in den rechtmäßigen Besitz aller drei Gegenstände kommen, dann wird er oder sie zum Gebieter des Todes, was für gewöhnlich so verstanden wurde, dass diese Person unverwundbar, ja sogar unsterblich sein wird. Wir mögen ein wenig traurig darüber lächeln, was uns dies über die menschliche Natur verrät. Die freundlichste Auslegung wäre, Hoffnung entspringt ewig. Obwohl laut Biedel zwei der drei Gegenstände äußerst gefährlich sind und trotz der deutlichen Botschaft, dass der Tod uns am Ende alle holt, glaubt eine kleine Minderheit in der Zauberergemeinschaft beharrlich, dass Biedel ihnen eine verschlüsselte Botschaft geschickt hat, die das genaue Gegenteil der mit Tinte Aufgezeichneten besagt, und dass nur sie klug genug seien, diese zu verstehen. Ihre Theorie, oder vielleicht wäre der Ausdruck verzweifelte Hoffnung treffender, kann sich auf wenige konkrete Anhaltspunkte stützen. Echte Tarnumhänge gibt es in unserer Welt, auch wenn sie selten sind. Allerdings macht die Geschichte deutlich, dass der Umhang des Todes von besonders haltbarer Qualität ist. In all den Jahrhunderten, die seit Biedels Zeiten vergangen sind, hat nie jemand behauptet, den Umhang des Todes gefunden zu haben. Das wird von wahrhaft überzeugten folgendermaßen wegdiskutiert. Entweder wissen die Nachkommen des dritten Bruders nicht, woher ihr Tarnumhang kam, oder sie wissen es und haben beschlossen, sich ebenso weise wie ihr Zvorfahrt zu zeigen und diese Tatsache nicht auszuposaunen. Selbstverständlich wurde auch der Stein nie gefunden. Wie ich bereits im Kommentar zu Bebity Rebity und der gackernde Baumstumpf bemerkt habe, sind wir nach wie vor nicht imstande, die Toten zu erwecken. Und alles spricht dafür, dass dies wohl nie der Fall sein wird. Natürlich haben sich schwarze Magier an abscheulichem Ersatz dafür versucht, indem sie Inferie erzeugten. Doch das sind gespenstische Marionetten, nicht richtig wiederbelebte Menschen. Darüber hinaus erwähnt Biedels Geschichte ganz eindeutig die Tatsache, dass die verlorene Liebste des zweiten Bruders nicht wirklich von den Toten zurückgekehrt ist. Der Tod hat sie geschickt, um den zweiten Bruder in seine Klauen zu locken und deshalb ist sie kalt und unnahbar, qualvollerweise anwesend und abwesend zugleich. Nun bleibt uns noch der Zauberstab. Und hier haben diejenigen, die hartnäckig an Biedels verborgene Botschaft glauben, wenigstens ein paar historische Anhaltspunkte, um ihre abenteuerlichen Behauptungen zu untermauern. Denn es ist tatsächlich so, sei es, weil sie sich selbst gerne verklärten oder um mögliche Angreifer einzuschüchtern oder weil sie wahrhaftig glaubten, was sie sagten, dass im Lauf der Jahrhunderte immer wieder Zauberer behauptet haben, einen Zauberstab zu besitzen, der mächtiger sei als ein gewöhnlicher, ja sogar, dass ihr Zauberstab unbesiegbar sei. Manche dieser Zauberer gingen so weit zu behaupten, ihr Zauberstab sei aus Elderbaum gemacht, wie der Stab, den angeblich der Tod angefertigt hat. Solche Zauberstäbe bekamen viele Namen, etwa der Zauberstab des Schicksals oder der Todesstab. Es ist wenig überraschend, dass sich uralter Aberglaube um unsere Zauberstäbe rangt, die immerhin unsere wichtigsten und magischen Werkzeuge und Waffen sind. Bestimmte Zauberstäbe und folglich auch ihre Besitzer passen angeblich nicht zusammen. Ist von Stechpalme ihr Stab und seine Eichen, müssen beide vor törichter Hochzeit weichen. Oder sollen Charakterfehler der Besitzer anzeigen. Die Vogelbeere schwatzt, die Kastanie dröhnt, die Esche ist stur, die Haselnuss stöhnt. Und tatsächlich finden wir in dieser Kategorie zweifelhafter Sprichwörter auch, Hast du einen Elderstab, hast du niemals Glück. Sei es, weil der Tod in Beatles Geschichte den fiktiven Zauberstab aus Elderbaum fertigt, oder weil machthungrige oder gewalttätige Zauberer beherrlich behauptet haben, ihre Zauberstäbe seien aus Elderbaum. Dies ist jedenfalls kein Holz, das bei Zauberstabmachern sonderlich beliebt ist. Der erste gut nachweisbare Zauberstab, der aus Elderbaum war und besonders starke und gefährliche Kräfte hatte, gehörte Emmerich, gemeinhin der Böse genannt, einem kurzlebigen, aber außergewöhnlich streitlustigen Zauberer, der im frühen Mittelalter den Süden Englands in Angst und Schrecken versetzte. Er starb, wie er gelebt hatte, in einem erbitterten Duell mit einem Zauberer namens Egbert. Was aus Egbert wurde, ist nicht bekannt. Allerdings war die Lebenserwartung mittelalterlicher Duellanten normalerweise gering. In den Zeiten, bevor es ein Zaubereiministerium gab, das die Verwendung von schwarzer Magie regulierte, ging ein Duell meistens tödlich aus. Ein ganzes Jahrhundert später brachte ein weiterer unangenehmer Mensch, diesmal namens Godlot, das Studium der schwarzen Magie voran, indem er eine Sammlung gefährlicher Zaubersprüche verfasste, mithilfe eines Zauberstabs, den er in seinen Notizen beschreibt als Mein gar verruchter und hinterhältiger Kumpan mit Korpus aus Ellhorn, der gar böser Zauberei Wege kennt. Gar böse Zauberei wurde der Titel von Godlots Meisterwerk. Wie ersichtlich betrachtet Godlot seinen Zauberstab als Gefährten, fast als Lehrer. Wer ein Zauberstabkunde bewandert ist, wird mir beipflichten, dass Zauberstäbe in der Tat das Sachwissen derjenigen in sich aufnehmen, die sie benutzen. Doch das ist eine schwer einschätzbare und unvollkommene Angelegenheit. Man muss alle möglichen zusätzlichen Faktoren berücksichtigen, etwa die Beziehung zwischen dem Zauberstab und dem Nutzer, um zu verstehen, wie viel er möglicherweise mit einem bestimmten Individuum zusammen leistet. Trotzdem hätte ein hypothetischer Zauberstab, der durch die Hände vieler schwarzer Magier gegangen wäre, wahrscheinlich zumindest eine auffällige Neigung zu den gefährlichsten Spielreihen der Zauberei. Die meisten Hexen und Zauberer mögen den Zauberstab, der sie ausgesucht hat, lieber als irgendeinen Zauberstab aus zweiter Hand, gerade weil letzterer wahrscheinlich Gewohnheiten von seinem Vorbesitzer aufgenommen hat, die möglicherweise nicht mit dem Zauberstil des neuen Nutzers vereinbar sind. Der gängige Brauch, den Zauberstab mit seinem Besitzer zu begraben oder zu verbrennen, sobald er oder sie gestorben ist, verhindert meist ebenfalls, dass ein einzelner Zauberstab von zu vielen Gebietern lernt. Elderstabgläubige sind jedoch der Ansicht, dass der Elderstab wegen der Art und Weise, wie er seine Treue stets von einem auf den anderen Besitzer übertrug, der nächste Gebieter besiegte den Vorring für gewöhnlich, indem er ihn tötete, niemals zerstört oder begraben wurde, sondern überdauert hat und weit über das normale Maß hinaus Weisheit, Kraft und Macht angesammelt hat. Über Godelord weiß man, dass er in seinem eigenen Keller starb, wo er von seinem verrückten Sohn Herreward eingeschlossen wurde. Wir müssen davon ausgehen, dass Herreward den Zauberstab seines Vaters an sich nahm, sonst hätte dieser fliehen können, doch was Herreward danach mit seinem Zauberstab tat, können wir nicht zuverlässig sagen. Sicher ist nur, dass ein Zauberstab, der von seinem Besitzer Barnabas Deverel, der Eldrunstab genannt wurde, im frühen 18. Jahrhundert auftauchte und dass Deverel ihn benutzte, um sich selbst einen Ruf als furchterregender Hexer zu verschaffen, bis der ebenso berüchtigte Loxias seine Schreckensherrschaft beendete, der den Zauberstab nahm, ihn in der Todesstab unbenannte und mit seiner Hilfe jedem, der ihm missfiel, den Garaus machte. Der späteren Geschichte von Loxias Zauberstab nachzugehen, ist schwierig, da viele behaupten, Loxias erledigt zu haben, einschließlich seiner eigenen Mutter. Was jede intelligente Hexe und jeden intelligenten Zauberer beim Studium der sogenannten Geschichte des Eldrstabes verblüffen muss, ist die Tatsache, dass jeder Mann, der behauptete, ihn zu besitzen, darauf beharrte, er sei unbesiegbar, obwohl die bekannten Fakten über seinen Weg durch die Hände vieler Besitzer beweisen, dass er nicht nur hunderte Male besiegt wurde, sondern auch Ärger anzieht, wie Zicke die zottelige Ziege Fliegen anzog. Letztendlich bestätigt die Suche nach dem Eldrstab nur eine Beobachtung, die ich im Laufe meines langen Lebens viele Male machen konnte, dass Menschen ein besonderes Geschick dafür haben, sich genau die Dinge auszusuchen, die am schlechtesten für sie sind. Aber wer von uns hätte die Weisheit des dritten Bruders an den Tag gelegt, wenn man ihm angeboten hätte, aus den Gaben des Todes frei zu wählen? Zauberer wie Muggel sind von Machtgier durchdrungen. Wie viele würden dem Zauberstab des Schicksals widerstehen? Welcher Mensch, der jemanden, den er liebte, verloren hat, könnte der Versuchung vom Stein der Auferstehung standhalten? Selbst ich, Albus Dumbledore, fände es am leichtesten, den Tarnumhang abzulehnen, was nur zeigt, dass ich klug, wie ich bin, ein ebenso großer Narr bleibe wie jeder andere. von der Auferstehung 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 von der Auferstehung